Wir kommen bei den AI Horizons Roundtables, der exklusiven Diskussionsplattform, die führende deutsche Unternehmen zusammenbringt, um die Zukunft der künstlichen Intelligenz gemeinsam zu gestalten. Wir müssen über die künstliche Intelligenz reden, darüber, wie deutsche Innovationskraft KI ganz im Sinne Made in Germany neu definiert. Heute haben wir die große Ehre, eine wahre Koryphäe der deutschen Wissenschaft begrüßen zu dürfen. Bei uns ist Professorin Dr. Katharina Hölzle. Sie leitet seit dem 1. April 2022 das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Ihre Forschung konzentriert sich auf Technologie- und Innovationsmanagement, digitale Transformation und soziotechnische Systeme, wobei stets der Mensch im Mittelpunkt steht. Ein besonderes Anliegen von ihr ist die Entwicklung zukünftiger Arbeitswelten und dabei insbesondere die hybriden Arbeitsmodelle. Siehst du das Glas auch halbvoll? Ich sehe es unbedingt halbvoll. Ich sehe es sehr optimistisch tatsächlich in die Zukunft, wenn ich an das Thema künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz denke. Ich bin sozusagen Berufsoptimistin. Dass wir mehr Zeit haben, menschlich miteinander zu sein, das, was uns Menschen auszeichnet und die KI uns Dinge abnimmt. Und das ist mehr als die reine Automatisierung. Das ist das, was wir bei der Robotik gesehen haben. Genau, im Produktionsablauf. Intelligente Unterstützung von den Tätigkeiten, für die wir eigentlich keine Zeit haben. Das heißt, man könnte, was du jetzt schon wagst, ist zu sagen, KI wird eigentlich den Menschen viel stärker in den Mittelpunkt widerstellen. Das ist meine Hoffnung und das ist letztendlich auch mein Ziel. Daran forsche ich, daran forschen wir hier und darum geht es uns, eine menschenzentrierte KI zu schaffen. Und das ist etwas anderes als diese ganz großen Modelle, denen es nur um Daten geht und die häufig ja leider auch falsche Daten nutzen, auch falsche Daten aufbauen. Wir haben Anwendungsfelder, wo KI eingesetzt wird, tatsächlich Qualitätssicherung zu übernehmen, das, was uns immer noch bei den Menschen gelaufen ist. Und das sind diese intelligenten Anwendungsfälle, basierend auf dem, was Deutschland gut kann. Das feiere ich. Das, was allen Unternehmen und allen gesellschaftlichen und politischen und Verwaltungsakteuren in diesem Land klar sein muss, ist, so geht es nicht mehr weiter. Wir müssen es anders machen und wir müssen es, wie du richtig gesagt hast, wir müssen es zusammen machen. Und ich weiß nicht genau, warum sich gerade deutsche Unternehmen immer so schwer tun, wirklich echt und ehrlich miteinander zu arbeiten. Denn das ist das, was wir hier brauchen. Das wissen wir schon lange. Die ganze Digitale-Ökonomie, Skaleneffekte funktioniert nur dann, wenn wir wirklich groß werden. Das ist eine europäische Initiative. Wir brauchen die Gelder auf europäischer Ebene und wir müssen sie in die Infrastruktur investieren. Wir haben gute KI-Köpfe hier, wir haben sehr gute KI-Forscher hier. Sie müssen endlich zusammenarbeiten. Und wir brauchen ein einheitliches Ökosystem, wo klar ist, wir machen nicht zehnmal dasselbe, sondern wir fokussieren uns auf Anwendungsgebiete und wir investieren wirklich klar in die Infrastruktur. Aber das wird ja aktuell eher nicht so gefördert in Deutschland. Wir sind ja sowohl in der Art und Weise, wie wir aufgestellt sind, als auch wenn man sich anschaut, was wir zum Thema der Kooperation der Unternehmen. Wir haben ja viel versucht, sowohl in Deutschland hinzubekommen, wir haben europäisch versucht zu denken, auch das funktioniert eigentlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also was braucht es denn dann? Weil ich sehe eher viele Initiativen, eher in die Regulation wieder reinzukommen, etwas fortzuschreiben, ohne dann eigentlich die Innovationskraft kommen zu lassen. Das heißt, wir packen das Thema doch eigentlich eher falsch an, indem wir versuchen zu regulieren, indem wir versuchen, individuell jeden in die Verpflichtung zu nehmen. Und du sprichst ja doch von etwas anderem. Was wäre dein Appell zum Thema KI und Lösung und dass Deutschland wirklich vorne mitspielen kann und nicht nur hinterherläuft? Da kann ich wirklich nur jedem Einzelnen, jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin, jedem Politiker, jeder Politikerin, allen Wissenschaftlern sagen, dann bitte arbeitet zusammen, überlegt euch, was bringt ihr individuell mit und lasst uns gemeinsam an diesen Verwendungsstellungen arbeiten. Und der Letzt, was sind deine drei Schlagworte, wenn du an künstlicher Intelligenz in Deutschland nachdenkst? Na, ich denke tatsächlich an das Thema Menschen, denn das ist für mich ein ganz zentraler Faktor. Mensch. 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 Ich denke ans Thema Zukunft, aktiv gestalten. Und ich denke, wenn ich an KI in Deutschland denke, natürlich an das Thema Ingenieure. Ah, Mensch, Zukunft, Ingenieure. Vielen herzlichen Dank, Sabine und Katharina, für diesen gemeinsamen Auftakt für unsere AI Horizons Roundtables. Wir werden uns bald wiedersehen, und zwar in München. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020